Und da sind wir auch schon wieder, nachdem diesmal mein Terraria ein bisschen gecrashed hat. Alex, du hast es schon recht, dass du gesagt hast, es wäre eines der verpacktesten Games überhaupt. Aber, ja, ist ja nicht viel passiert, während ich weg war. Oder? Klopf, 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 klopf. Hm, eine Moskete mit 41 Kugeln. Cool. Und jetzt können wir diesen Waffen, jetzt kommt der Waffenhinder zu uns nach Hause. Müsste eigentlich bald an. Vielleicht kommt der noch uns zu Hause. Uah! Ptschuh, 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 eine schöne Moskete. Ich habe einen verzauberten Bumerang, das ist mindestens genauso cool. Und viel australisch. Ey, du hast, äh, der Leuchtstab, hier kommt der von dir? Ja. Die sind auch, die sind auch etwas weiter unten verteilt, weil ich wild um mich geworfen habe. Achso. Ich mache Heiltraum. Hier ist eine Höhle. Ist nicht wahr. Hm. Oh, der Monitor. Achtung! Wow! Wow! Ja, siehst du, jetzt ist der Waffenhinder da. Brimstza, ach Brimstheim. Ist doch coole Animationen, wenn du das schießt. Ist der Armstealer. Wie schön, dass ich hier Licht mache immer. Ja. Eisen! Setz mal. Nehm du auch gleich das Kopf, oder? Ja, ich bin auf dem Weg. Da ist das Dämonit. Oh, ich seh's. Ich seh's dieses Mal. Oh nein, bisschen Gold erst. Ich flute mal die Höhle, damit du trinkst, okay? Boah! 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 Kann das vielleicht denn, dass du in den Social Slot gepackt hast? Weil ich was gemacht hab? Nein, ich hab... In den Social Slot. Nein, nein, nein. Ich hab überhaupt nichts ausgerüstet gerade. Darum war es ja so komisch. Hm. Ethic Fight mit deiner Füllermaus. Was ist das denn? Rubine! Wie Ethic war der Fight? Was? Rubine. Cool. Können wir endlich die Schleimkrone machen? Oder Rotfackeln? Nein. Schleim. Ja gut, den zuerst. Wir brauchen ja nur eine Füllung. Trotzdem. Ein Lebenskristall, damit wir beide 200 Herzen haben. Cool, dann kommen wir deinen Beschwermer zu tun. Nur mal sicher. Wir brauchen alle und werden alle unsere Bomben brauchen. Ach quatsch. Muskete und Zauber und fertig. Ähm, gibst du mir denn eine Muskete während du zauberst? Ja. Wenn du gut ziehen kannst. Müsste ich recht schnell lernen, würde ich sagen. Du machst viel auf deine unkonventionelle Art und Weise nicht. So, ich fall in slow motion. Everything's Ip is more epic in slow motion. Ich würde jetzt hier echt gerne runter, aber ne, ist das normaler Stein schon? Ja. 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 Ja, ja. Das Licht hat bei dir irgendwie so'n viel schöneres Aussehen. Und viel schöneres aussehen. Hä? Was hier? Achso, Fledermäuse. Ohlalala. Ja, ich sehe es krass. Fledermäuse sind fliehen im Pied. Vorsicht! Okay, eine Falle. Puh. Jetzt ist ja alles dunkel, Chef Slimey. Oh, das war knapp. Ah, aufgespießt. Killer to fire. Oder ohne fire, ist mir doch egal. Ich habe es doch mit Feuer getötet. Ich meine nicht. Mit Waffenfeuer? Naja, also... Na gut. Aber ich habe Nahkampfwaffen verwendet. Wo ist das bitte Feuer? Wer hat denn von dir geredet? Hm, nicht so richtig. Manorat will ich nicht. Okay, ich glaube, jetzt können wir uns wieder verziehen, die Höhle ist lang. Auch wenn es dann noch weiter geht. Ja, wir kommen später wieder. Vielleicht. Womöglich. Oh. Ging schon die Luft raus. Mir nicht. Du musst deinen Luftbalken wirklich besser im Auge behalten, Alex. Ja. Nicht, dass es im Real Life auch mal passiert. Epic Fledermose Fight. Was war an dem so epic? Und dass ich daneben geschlagen habe. Und das ist epic? Oh, yeah. Wow. Wie geht es da? Denn hier... Oh, ich muss mal hier kurz noch klappen. Warte, ich komme da auch mal. Oh, es fehlt noch eine Qualle. Oh, Mann, oh. Ha, aber ich habe den Loot bekommen. Puh, headshot. Erneut habe ich den Loot bekommen. An die Luft. Ey, ist ja wirklich Luft. Äh, äh, luft. Warum ist hier eine Frag... Wir waren hier schon mal, oder? Oh. Nein, oder? Du hast einen Enterhacker. Nutze ihn. Das war ich. Das war ich, der ich hier angegraben hatte. Aber kein Zeug mehr hatte, um weiterzumachen. Also, Monimentare, voll. Oh. Können wir das Gieß-Aufgang verwenden? Nee, ist schon viel zu weit von der Corruption entfernt. Hm, bestimmt wohl. Also, dann... In der nächsten Folge essen wir Lebenspristalle und metten dieses Riesenauge nieder. Ja. Machst du jetzt keinen Aufnahmestopp? Was? Nein, ich mach jetzt keinen Aufnahmestopp. Ich wollte das nur sagen. Weil wir ja wahrscheinlich den Rest der Folge für den Rückweg brauchen werden. Was redet denn? Richtig. Der Rückweg an die Oberfläche. Ah, trinke. Ich bin nur so freundlich wärst. Oh. Nein, welchen? Oh, scheiße. Na, you're a genius. Egal, ich kann zurückgelaufen. Nein, ich komme. Ich komme nach oben. Nein, ich will nur... Da war nur eine Schattenkugel zum Rückweg machen. Achso. Oh, Fledermaus in der Wasser? Hä? Jetzt bin ich... Jetzt bin ich ein alter grauer Veteran. Mit einer Muskete. Ja, ja. Oder ein Gandalf-Hut. Ja. Okay, ich bin ein Bauer. Was bist du? Ich bin ein Bauer. Gut. Dann wählen wir die Arbeiter- und Bauernpartei. Okay, ich habe keine Emotionen mehr. Wieder weiter. Soviel zum Muskete. Wie craftet man sich das? Ein bisschen Eisen und... Nee, du kaufst es dir. Was? Kann sich die Kugel nicht craften? Nein. Das ist doch scheiße. Ich bitte dich, wir sind in Minecraft. Wir sind nicht in Minecraft. Da kann man sich nicht alles craften. Man sollte aber. M-m. Ich will eine Aufbau der Wirtschaft. Dann werden die Händler ja wertlos. Oder wird ein Wertlos. Naja, nö. Man kann nicht an den Zeug kaufen, dass man so schnell nicht rankommt. Ach, das ist schön in der Wette draußen. Silber, ach nee, Eisen. Pff, nur Eisen. Ich verfrust gleich mal Untote töten. Ach, Wortspiel. Und Paradoxon. Und Antithese. Ich bin der Meister der Stilmittel. Wortspiel. Hm? Das ist gut. Niemand guckt sich das jetzt fair, um irgendwas über Deutsch zu lernen. Sicher. Sicher. Ach so, ich falle. Uah! Ah! Uah! Uah! Ahahaha! Abwehrmechanismus pur. So, jetzt mache ich mal noch die Kugel hier kaputt. Klopf, 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 bom. Was hast du? Ich habe noch eine zweite, äh... Oha! Die eine Muskete ist mächtig. Minus 9% Tempo, plus 13% Schaden, plus 1% kritische Trefferchance. Und das andere ist verletzend. Ich habe noch eine zweite Schattenkugel abgebaut. Ja. Alter, das müssen die Zuschauer doch sehen. Und die andere ist verletzend. Die hat bloß 9% Schaden. Das heißt, wir haben jetzt beide Musketen. Wie schön. Haben wir auch Kugeln dafür? Nein, aber wir kaufen sie einfach. Ja, okay. Ich gehe noch mal nach Hause. Ich gehe noch mal nach Hause. Achso, irgendwie, er muss doch den Haus mitmachen. Chub, 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 chub. Feuer, Abwehrmechanismus. Boah. Dice, Abwehrmechanismus ist eigentlich das falsche Wort. Hm. Uah. Ich will an die Oberfläche. Hab ich das gerade echt gesagt? Was ist das mir geworden? Komm, du Schlück Speck mit Borsten. Nichts entgegenzusetzen. Goldfisch. Komm, die Gummibürste. Ein Auge. Ein Auge. Ich verliere hier gerade meine. Oder auch nicht. Fahr direkt. Die direkte Connecte. Da kommen wir wieder ein. Bam. Auf. Gerade Strecke. Gerade Strecke. Boom. Hast du Hermes Stiefel, oder was war gerade so episch? Ja, gerade Strecke. Ich hab Hermes. Wie viele mehr haben die... Oh, das war... Oh mein Gott, der hat sich in zwei geteilt. Ja, das war ein Hermes Stiefel. Wo hast du die denn schon wieder her? Na, gefunden, Alter. letzter Mal auch... Wo findest du denn immer so viel Zeug? Das musst du auch dazu sagen. Geld, 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 Nehmt das. Ich brauche die Gummibürste. Ich brauch schnell das Geld! Was brauchst du? Nichts, nichts, ist egal. Ist grad egal. Also, wir haben schon einiges gesammelt, ey. Hut ab. Vor mir natürlich. Ja, lass mir mein Ego doch. Aber sonst nichts. Nein, selbst was lass ich dir nicht. Ich hab sogar was für dich. Ich finde eine Oberfläche, yes! Ja, dann komm mal wieder nach Hause, ich hab was für dich. Doch, nie etwa eine Muskel. Warte, ich muss mich nur erstmal durch vergammelndes Fleisch mit Beißzangen prübeln. Und zwar ein dreifacher Ausfertiger. Dass ich auch noch teleportieren kann. Aber all das reicht natürlich nicht, um mich klein zu kriegen. Oh, ein vierfacher Ausfertigung. Ja, dann wird's doch spannend. Auch ein einfaches Dämonen-Auge, wie putzig. Wie ich hier immer so am Abhang hänge. Geil von einem Bestien. Du längst ab. Du längst ab. Mann, Mann, Mann. Boah, schon wieder! Und noch einer! Langsam nehme ich Schaden. Alter, wie viel Geld hier verloren geht. Tot'n Zombie! Alter, für Zombies habe ich jetzt echt keinen Nerv mehr. Das Ding schlägt einfach zu langsam zu, um gegen so viel... Scheiße! Das Ding schlägt einfach zu langsam zu, um gegen so viele Gegner von so vielen Seiten zu kämpfen. Aber ich habe mich gut gehalten. Achso, du bist gestorben. Nein, ich tue nur so. Ah, na dann. Ich werde jetzt mal den Munitionsverschleuderer schlecht weg hinkaufen. Den Munitionszuschleuderer? Verschleuderer. Achso. Ich sehe gerade... Wir haben doch nicht genug Geld dafür. Na gut. Mann, scheiß auf die Munition! Wir brauchen schon Munition. Wir verprügeln uns einfach mit diesen Schusswaffen. Ach ne. Eigentlich müsste man mit dem Kolben zuschlagen können. Das wärs ja, aber... Oh, ich habe gerade angeschrieben. Kann ja nicht alles haben. Oh, wie schön in einer Linie fliegen! Wie die Bomberstaffel! Der Deutschen. Genauso wie diese wurde sie von mir, den Kommunisten vollkommen ausgelöscht. Diese Parallelen, ne? Ich habe gestern voll das strange Video geguckt. Ja, das hast du mir ja gerade geschickt, oder? Nein, das ist sogar ein anderes. Es ist irgendein, äh... Es sind genug strange Videos auf YouTube. Es ist irgend so ein Rihanna-Feed. Ähm... Umgedichteter Text, so... Ich mähe nur gerade ein bisschen Gras, lol. Ach, Tür, endlich.